Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Irgendwie klingt die Stimme ein bisschen wie der von Kaiba. Oh jetzt. Da liegt ein Edelsteinchen Ring. Ja, meine ich ja die PS2 von deiner Schwester. Entschuldigung. Dieses Verlies hat etwas Böses an sich. Wenn ich mit den Game Boy, Game Boy Color, GBA spielen, irgendwann mal durch bin, von dem man sich aktuell habe, kann man gerne auch auf Playstation. Oder GameCube dann umsteigen, das kann ich als nächstes anbieten. Wobei GameCube funktioniert auch der Emulator ganz gut. Wobei ich es ja immer noch gerne mit Capture Card hätte. Ich würde nämlich gerne mal ausprobieren, wie der GBA-Player vom GameCube per Capture Card, wie das auf dem PC aussehen würde. Wegen halt eben, naja, diesem komischen Effekt mit den fehlenden Frames für Durchsichtigkeit beim Game Boy Advance. Ob das so besser aussieht per Capture Card. In der Advance kann man ja nicht anstöpseln, aber ich habe ja den Player für den GameCube. Mit dem ging er da. Eventuell. Na, wir schauen. Da liegt ein grüner Ring. Josefs Grünsteinring. Der hat sogar eine Person, zu der er gehört. Ich nehme an, Josef ist der Mann, der da liegt. Au, fallen. Nein, hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, Sie haben komische Codes. Mit Helms Segen. Madame, dafür sind Sie eigentlich zuständig. Aber die ist jetzt wohl schon erledigt. Die ist einmal ausgelöst worden. Und der Mina hat die jetzt noch nicht damit gerechnet. Oh, sind das viele. Von den Fernkämpfern gehen wir mal ein bisschen weg. Ja, dann stutze ihn doch mal zurecht. Meine Güte. Hoppala. Da hat jemand gekrittelt. Einer exploriert. Oh, ich habe sie schon gesehen, ne? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Der ist futsch. Da ist der Nächste. Immer auf die Augen vor. Immer auf die Augen. Immer auf die Augen. Immer auf die Augen. Fuck, also. Sei still. Meine Ehe, wie ihr wünscht. Die Moen, ich brauche leider eine Diebe. Oder sonst will. Welche Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Vielen Dank für euer Kompliment. Oh, die zwei verstehen sich. Ajan, das sind deine, Herr. Sag mal vor, das soll was safen. Und ich habe wieder so verwinkelt. Oh mein Gott. Aha. Ui, ui, ui. Da ist ein bisschen was los. Sollte ich segnen? Äh, ja. Nein, eingreisen ist nicht gut. Die gehen auch schnell geheilt, wenn es geht. Komm schon. Ja. Okay. Oh, das ist so knapp. Oh, leider sind die einfach so außenrum gewuselt. Das war nicht so gut. Oh, das hätte ja böse ins Auge gehen können, oder? Ne, weil sie klein sind, sollte man sie nicht entschuldigen. Da kommst du nicht rumrum, würde ich mal sagen. Da kommst du nicht rumrum, meine Liebe. Hör auf zu meckern. Als alte Kindesfreundin vom Hauptcharakter bleibst du mit in der Gruppe. Ui, ui. Ähm, da geht es nicht weiter. Okay. Alter, schon viertel vor zehn. Schaffe ich die Mine noch? Ich versuche nur den Durchgang auf dieser Ebene zu finden. Oder, naja, gibt es einen weiteren Durchgang noch tiefer? Aha. Gut, dass ich es mir gerade anders überlegt habe. Mit der Richtung. Couch. Fingerfertigkeiten. Kann sie die Falle entschärfen, ohne die Kuhmolde zu triggern? Ja. Ja. Eine erste Falle entschärft. Und ich fürchte, da hinten geht es weiter. Über die Grube da. Ups. Vor lange werde ich nicht mehr machen, ihr Lieben. Ach ja. Ähm, Madame, sollte bitte weiter nach Falle kommen. Wie ihr wünscht. Nicht, dass wir noch mal in irgendeine Falle tappen. Guck mal, das Stück hier noch fertig. Und dann gibt es dann doch langsam Feierabend. Ich mache die Mine wohl heute doch nicht mehr fertig. Au. Wen hat es erwischt? Das sind sehr viele. Kommst du ran? Ja, sicher ist es. Ich bedanke. Naja, gut. Es war nicht lange her, wo ich gesprochen habe. Wie ihr wünscht. Moment, habe ich da nicht reingeguckt? Kann ich jetzt gerade nicht in den Sinn? Na, okay. Oh, Quicksilver ist mein Freund. Da sind Schützen dabei. Wir wollen sich da nicht rauslocken. Also, da habe ich keinen Feuerball, den ich da reinschmeißen kann. Also, die Geschütze sind leider nicht so gut. Ja, das werde ich wahrscheinlich gleich wieder beworben. Das werde ich hoffentlich gleich richtig beworben. Okay, aber es fallen, Kobolde. Ich bin so kalt. Du stehst blöd. Ich muss einmal um dich außen rumlatschen. Ich bin so kalt. Oh, 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 oh. Das ist eine viel zu große Gruppe. Ich habe einen Schoss gekillt. Nein, Minsk ist da. Ich habe ihn nicht rechtzeitig gehalten. Diese Gruppe, da ist ein Problem. Ich wage noch einen Versuch. Einen. Komm her, ja. Hier, hol dir die Klocke. Okay, der ist schon mal futsch. What? Ah, noch einen Muni. Okay, macht Sinn. Pfeile. Gehen wir jetzt auf Pfeile. Pfeile. Wer ist denn da noch im Nahkampf? Du solltest aber auch. Fern. Fern, fern. Fern. Im Nahkampf? Nein, fern. Wer hat's erwischt? Dich. Geh mal ein bisschen beiseite. Nee. 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 Oh, ich muss rein. So. Für die gerechtigt. Ah! Dies ist weit. Diese Horde... Diese Horde Kobolde macht mich gerade wahnsinnig. Die hat auch nicht mehr viele Steine. Steine... Bogen, bitte. Okay. Ich versuche es jetzt noch mal. Alle auf fern. Ich schieße jetzt da rein. In... Noch einer... Du hast ihn. Und der da. So, jetzt habe ich aber. Alter, diese Fühle. Das Schwert wollte ich nicht nehmen. Ich habe einen Ring mit dem Namen und seines Besitzes gefunden. Hm. Öh, zack. So. So. Kann ich ihn anziehen? Ja, kann ich. Ja, warum? Das kann ich tatsächlich in den Sloppen. Gott. Ja, und dann sind ganz schön viele Rollen. Ich fürchte, da muss mal was weg davon. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wenn's geht so. Darf ich mir das Eck jetzt noch anschauen? Ich befürchte, dass es hier eh an so einer Grube da aufhört. Und dann ist bald Feierabend. So. Warum stand sie vorne? Dieses Verlies wird etwas Böses an sich. Wie ihr wünscht. Wieso war sie bloß nicht vorne? Aaaaah. Meine Klinge wird euch rechts stutzen. Meine Güte Madame, wo läufst du hin? Komm hinterher Das ist mein letzter Heilsauber Ich fürchte, die brauchen noch einen Rest Danke, Pradlin Ach ne, du hast ihn komplimentiert Alles gut Okay, das ist ein Sackgasse Da ist die Stelle darunter Sie lassen sehr oft Pfeile da Aber ewig kann ich auch nicht fernkämpfen Fürchte ich Ja, damit habe ich die Ebene abgehackt Bis auf den Part über der Grube Allerdings haben wir jetzt schon kurz vor 10 Ich versuche die Gruppe mal noch aufzufrischen Und dann mache ich aber Feierabend Ja, all meinen Wunden heilen ist auch gebraucht Wie ist das eigentlich mit dem Ring von Ding? Ja, die hat tatsächlich zwei extra Äh, Slots Tun wir mal das rein, was sie gerade am nützlichsten macht Magisches Geschoss, da kann sie das nämlich gleich mit aufschreiben So Yes Ohne Hinterhalt, genesen Sehr gut Dann gehe ich halt beim nächsten Mal da über die Grube Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben Hör auf zu meckern, Imoin, du musst mit Ich hab dich als den Dieb meiner Gruppe auserkoren Da gibt es nichts dran zu meckern So, zack Wie sieht es denn Erfahrungspunkte technisch so aus Ah, nicht schlecht Der ist auf dem guten Wege von Level zu Level 3 Er ist auch nicht mehr so weit von Stufe 2 Ich hatte erst, aber ja Sie ist bald Level 3 Ja, dann kann sie noch ein bisschen was davon haben Ja, auf dem Weg zu Level 3 Du hängst halt hinterher Magier halt Aber hey, durch den Ring hat sie vier Zauerschlots Das hat nur zwei Das ist gar nicht so schlecht Wenn ich hier rauskomme Dann kann ich ihr auch mal ein paar Zauber von den Schriftrollen beibringen Äh, nein will ich Hauptmittel So Da es aber immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ihr den Zauber nicht von der Rolle lernt Sollte man nach jedem Mal speichern Wurde mir mal gesagt Diese Kobolde sind jetzt so So lästig Ey Blöde Viecher So Sehr, sehr blöde Viecher Ich bin mir da, sehr blöde Viecher Ich bin mir da, sehr blöde Viecher Ich bin mir da, sehr blöde Viecher Ich bin mir da